Was geht, Freunde, in der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Bist du da, Helga? Du, was ist los? Ich bin fix und fertig. Hast du dir den CDR Fernsehgarten angeguckt? Nee. Mein Beileid. Marianne, ein Horrorerlebnis mit der Deutschen... Oh Gott! Ich hab dir gesagt, das macht dich psychisch kaputt, Marianne. Die Deutsche Bahn macht einen noch kaputter. Ich hab' mir gedacht, glaubst du nicht? Hast du einen durchgezogen, oder was? Mensch, Helga, ich war mit der Deutschen Bahn unterwegs. Wieso da... Die hat es geschafft, in die Deutsche Bahn reinzukommen? Hm, muss auch lange am Bahnhof gestanden. Ach, denn... Pass auf! Stehst du auf Schmerzen, oder was? Ich wollte von Hamburg-Altona bis nach Bremen fahren. Wann wolltest du denn in Bremen? Tja, die Brigitte, die ist doch 90 geworden. Die lebt noch. Ist doch egal. Ja, so, eh, erzähl mal. Acht Uhr morgens. Ist egal, ob sie noch lebt, Mann. Wichtiger ist die Deutsche Bahn. Das Abfall ICE 103 von Hamburg-Altona nach Bremen. Ja. Komm ich da an? Ist der Bahnhof weg? Nee. Das wär ja mal krass. Der ganze Bahnhof verspätet gebaut. Nee, der war da. Na, das ist schon mal gut. Aber mein Zug nicht. Das ist noch nicht so gut. Ich zum Service schalte, wo mir so eine unfreundliche, äh, äh... Sie sind allgemein alle unfreundlich. Ich glaube, das gehört zur Grundvoraussetzung, dort unfreundlich zu sein bei der Deutschen Bahn. Äh... Was? Bums, äh, Kuh. Morianne. Mich dann erstmal anmault, dass der ja jetzt vor den Hauptbahnhof fährt. Frechert. Das stand nirgends wo dran. Das ist denen auch egal. Keine Durchsage. Kein gar nichts. Und dann... Und wenn, dann verstehst du die Durchsage eh nicht. Aber Mann, das ist so dumm mit den Dingern. Bist du da hin? Ich renne wie so ne wahnsinnige Runde in die S-Bahn. Das ist nicht mal geschafft, um die 5 Euro zu investieren, um diese... Äh, aus... Diese Sprechanlagen moderner zu machen, dass man so versteht. Nein. Für Tenebrick geht eh halb am Auslaufen. Na lecker. Ab in die S-Bahn Richtung Hauptbahnhof. S-Bahn ist sowieso das Schlimmste. Setz dich in die S-Bahn. Alles ist schlimm. Ganz in Öffentlich-... Und der Fahrkarten, Mann. Jetzt bin ich vorbestraft. 50 sind es jetzt. Ich war kurz vor Knast. Und dann bist du beim Hauptbahnhof angekommen. Warte. Das Schlimmste kommt ja noch. Kam ne osteuropäische Musiktruppe in die S-Bahn, die Geld von dir wollte. Ich will aussteigen am Hauptbahnhof. Was geht denn da? Was hat die alles erlebt, Alter? Nicht Dings, sondern Helga. Lauf durch die S-Bahn. Die muss ja auch ja schon was durchgekommen. Tret dich in so ne... In so ne... In ne Kackwurst. Wie bitte? Da hat jemand in die Bahn gekackt. Der ist nicht dein Ernst. Haaah! Oh nein. Also das habe ich damals zum Glück noch nicht erlebt. Kackwurst, Helga. Also die Leute aus der Stadt, ne? Das. Da kannst du auch durch Leipzig laufen. Das ist genauso schlimm. Da lässt jeder die Hundescheiße von seinem Hund liegen. Überall, Alter. Da kannst du wirklich nicht ordentlich laufen. Zumindest war es in Lindenau so gewesen. Denn doch Tiere sind das. Ne, sogar ein Hund weiß, dass man nicht in die Bahn kackt. Das kommt von der schlechten Luft dort. Die sind alle gestört. Hast du deinen Zug nach Bremen denn noch bekommen? Ich renne zum Gleis. Hatte nur noch eine Minute. Ja, renne. Wie brauchst du gar nicht rennen, Alter. Wenn du noch eine Minute hast, hast du locker noch eine Stunde Zeit, bis der Zug kommt. Und renne. Und renne. Was mit deiner Torte? Die hatte ich ohne S-Bahn vergessen. Ach nee. Aber dafür hatte ich jetzt Kacke unerm Schuh. Und dann... Guter Tausch, Alter. Perfekt gehandelt. Timo, Rianne. Hast du es noch geschafft? Ich renne. Guck. Kein Zug da. Was? Anzeige oben. Oder der ist mal früher pünktlich abgefahren. Zwei Stunden, 35 Minuten Verspätung. Und wie soll? Witterungsbedingter Zugausfall. Das ist immer so. Damals bei uns auch. Ich wüsste mit dem Zug zur Schule fahren. Ey. Auf einmal kommt eine Durchsage. Wegen Schneefall fällt der Zug aus. Es lag nicht mal drei Zentimeter Schnee und der Zug fällt wegen Schneefall aus, Alter. Was denn? Regen? Das regnet doch. Bei denen im Gehirn regnet das doch. Zweieinhalb Stunden, Helga. Da verstehe ich auch die Eltern nicht. Dann irgendwann der Zug kommt. Ich wäre wieder nach Hause gefahren. Bei uns ist der Zug sogar schon ausgefallen, weil es draußen 31 Grad war in den Sommer. Der Zug fällt aus wegen Hitze. Hä? Was ist das für eine Scheiße, Mann? Wollte ich ja auch, aber ging nicht. Wieso? Der Zug ist auch ausgefallen. Ich hätte Ihnen eine Ansage gemacht, das glaubt man. Dann ich gehe im Zug. Völlig überfüllt. Hattest du keine Sitzplatzreservierung für super günstige 5,20 Euro? Natürlich, aber da kam ja gleich eine Durchsage ins Zug, dass die hinfällig ist, weil das jetzt ein anderer Zug ist. Hast du dich ins Bordrestaurant gesetzt? Das war geschlossen, weil die Mikrowelle am Vormittag explodiert ist. Schade, jetzt hättest du dir für unschlagbar günstig... Das ist mal eine gute Ausrede. Okay, das ist ja fast besser als bei McDonalds die Eismaschine. Hast du die 6,20 Euro eine Currywurst holen können? Ich habe mich irgendwann einfach in so einen Gang gelegt. Ja. Und bin sofort eingeschlafen. Das ist doch gut, dafür geht die Zeit auch schneller. Ja, und dann bin ich aufgewacht. Schön. In Stuttgart. Hä? Das ist ne schöne Sch... Was? Stadt kann man nix sagen. Du hast von Hamburg bis nach Stuttgart geschlafen? Offensichtlich, ja. Also... Die haben in Rotenburg, haben sie den Zug getrennt. Wat haben die? Die ersten drei Waggons sind nach Stuttgart und die letzten drei Waggons nach Bremen. Morianne. Das ist ja vollkommen bescheuert. Ey, sagt mir nicht, dass sie das wirklich so machen. Das ist ja ne reine Katastrophe. Ist halt die Bahn. Aber das wird ja bald besser. Ja? Die Plan hat ja jetzt einen Pünktel. Ehrlich gesagt, die Deutsche Bahn ist wirklich kein gutes Aushängeschild für Deutschland, Mann. Wir müssen sie endlich mal abschaffen. Ich kann das Plan erarbeiten. Das find ich gut. Ja, oder? Das find ich richtig gut, dass sie da auch dran arbeiten. Absolut. Schon 2070 soll der in Kraft treten. 2070 schon? Und ich wette, weil das 2070 geplant ist, kommt es erst 2140 wegen Verspätung. Oder 130. Gleich ja. Ja. Das ist ja super. Dann fahr ich dann nochmal zu Tante Brigitte zum Geburtstag. Sehr gut. Und dann kannst du ihr ja auch von mir zum 136. Geburtstag gratulieren. Das mach ich sehr gerne. Wann ist bloß aus Deutschland geworden? Ab jeden Fall bin ich dann wieder zu... Was ist das aus der Deutschen? Eigentlich noch nie. Die war eigentlich immer so. Rückgefahren von Stuttgart nach Bremen und fahr so gegen 16 Uhr bei meiner Tante. Gut. Am nächsten Tag. Aber Helga... Geburtstag voll verpasst. Die Rückfahrt von Stuttgart nach Bremen war super. Ja? Ich hatte ein ganzes Abteil für mich alleine. Wieso dat denn, Moriane? Ich hatte doch noch die Kacke unterm Schuh. Moriane, ich muss mal, mein Herr Hunger. Das gibt's denn... Du darf lauf mit Schinken, Käse und ordentlich Sahne. Kech nicht. Moriane, du bist wirklich ein Phänomen. Ich muss dir das ganz ehrlich sagen. Von was an mir hast du dich überhaupt? Das ist das, was ich die ganze Zeit schon frage. Ist du Staub oder was? Die fern sich dann automatisch. Was isst du? Ich verstehe das nicht. Krieg grauen Stau von. Ja, dann gute Besserung. Oh, na, da würd ich doch auch nicht essen wollen. Hä? Das... Irgendwann muss das Geheimes nochmal gelüftet werden, wie die weiterleben kann. Außer von Marianne, äh, von Helgas, äh, Dings. Äh, 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 äh. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.